Gehst du nachher zum Wochenmarkt? Wochenmarkt Kauf das Gemüse nur auf dem Wochenmarkt. Willst du zum Wochenmarkt mitkommen? Willst du zum Wochenmarkt mitkommen? Ich will heute zum Metzger gehen. Wo ist der Einkaufszettel für den Metzger? Einkaufszettel Die Saison für Erdbeeren endet bald. Endet Manche Stände sind manchmal geschlossen. Stände Die Saison für Erdbeeren endet bald. Manche Stände sind manchmal geschlossen. Die Saison für Erdbeeren endet bald. Manche Stände sind manchmal geschlossen. Ich gucke, was für Backwaren es noch gibt. Gucke Backwaren Backwaren Es Meine Kinder kaufen gern an diesen Ständen Backwaren. Wir können gucken, was es gibt. Ich will gucken, ob es noch Tomaten gibt. Nebel Nebel Traum Roman Roman Metzger Adler Manchmal ist alles an den Ständen ausverkauft. An Verkauf 4 wird Gucke Mar wet är An Welchen Ständen Haus Du Gern Ein Meine Kinder kaufen gern an diesen Ständen Backwaren. Hast du Schadens? Hast du en dieаций in den Kíasstern? Hast du dich? Hast du in dieavoastal? Du schaden? Der Salat Der Salat Salat Wo ist der Stand mit Käse? Wir brauchen noch frischen Kaffee. Wir haben frischen Kuchen zu Hause. Haben frischen Kuchen zu Hause. Der Stand da drüben hat die besten Gurken. Probieren Sie diesen würzigen Käse. Würzigen Unsere Kinder hassen den würzigen Käse. Kinder Unsere Kinder hassen den würzigen Käse. Ich mag diesen würzigen Käse aus Frankreich. Würzigen Würzigen Wo können wir holländischen Käse finden? Holländischen Roman Adler Stein Salat Saison Der Stand mit Obst und Gemüse ist hinten. Stand Kann man hier frischen Fisch kaufen? Wo können wir holländischen Käse finden? Käse Käse Wenn Sie Sie mögen holländischen Käse kommen zu, zu sie, zu uns. Wo können wir holländischen Käse finden? Wenn Sie holländischen Käse mögen, kommen Sie zu uns. Untertitelung des ZDF, 2020 Magst du fettarme Milch? Wir brauchen noch gesalzene Butter. Gesalzene Probieren Sie diese fettarme Milch! Die fettarme Butter schmeckt genauso gut! Man muss weniger für die fettarme Milch bezahlen! Die fettarme Milch Die fettarme Milch Ich mag die Milch von dieser Händlerin! Bis wann ist diese Flasche Milch haltbar? Flasche Haltbar Der Händler an diesem Stand ist mein Cousin! Die Milch ist mindestens zwei Wochen haltbar! Mindestens 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 бум Mond Untertitelung des ZDF, 2020 Die Eier sind mindestens zwei Monate haltbar, oder? Sind mindestens zwei Monate haltbar, oder? Die Eier sind mindestens zwei Monate haltbar, oder? Oma benutzt nur gesalzene Butter beim Backen. Gesalzene Möchtest du Käse von der neuen Händlerin kaufen? Benutzt du lieber gesalzene Butter oder Öl? Trinken deine Kinder gern fettarme Milch? Ich nehme deinen Händler auf die Puls, oder? Du bist die Rand. Du bist die trust ingest. Ja, ich bin dericing es dein kleiner melhores면, oder? Nic, aber überhaupt? Wenn du dich das machst, was ich wirklich Cuba老 ő und wenn du dich draugierst, hörst du dichTA кому einigst? Ja. Ja, und schèlf du Culäggest. finde ichveer riesigkennig. Es ist richtig, richtig, ich bin der USB psychisch. Man hat schon ein Wolken, ich du da relating Architects когда du Onun Trinken Deine Kinder Gern Ich mag die Milch von dieser Händlerin. Ich mag die Milch von dieser Händlerin. magst du dunkles brot? dunkles brot ich esse nur dunkles brot nur dunkles brot meine kinder essen gern dunkles brot wir haben das beste gebäck wir müssen zuerst gebäck kaufen ich finde das dunkle brot lecker ich mag das dunkle brot weil es gesund ist ich esse gern hausgemachtes brot hausgemachtes du solltest das dunkle brot mit mir teilen ich kaufe nur hausgemachtes gebäck verkaufen sie hausgemachtes gebäck verkaufen sie hausgemachtes gebäck ich mag das dunkle brot ich mag das dunkle brot das dunkle brot muss ich ja däspendem die das dunkle brot Gottes ich mag sie Die polnische Bäckerin hat die besten Backwaren hier. Die polnische Bäckerin hat die besten Backwaren hier. Die polnische Bäckerin hat die besten Backwaren hier. Ich mag das dunkle Brot. Weil es gesund ist. Wem hast du das dunkle Brot gekauft? Von Wem hast du das dunkle Brot gekauft? Ich kaufe nie weißes Brot. Kaufst du weißes Brot, weil es billiger ist? Warum isst du nur weißes Brot? Haben Sie noch weißen Spargel? Verkaufen Sie auch weißen Essig hier? Sie auch verkaufen Sie auch weißen Essig hier? Sie auch verkaufen Sie auch weißen Essig hier? Die Händlerin da drüben verkauft weißen Reis. Vergiss nicht Aprikosen zu kaufen. Aprikosen Ich will weiße Currywurst probieren. Wie viel kostet die letzte Aprikose? Ich will weiße Currywurst probieren. Ich will einen Kuchen mit Aprikosen backen. Saison Traum Aprikose Salat Feuer Gibt es wirklich keine Aprikosen mehr? Ich brauche weiße Schokolade, weil ich Kuchen Backe Kannst Du Gucken Ob Gibt Gibt Es Weiße Leberwurst Gibt Les 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 Aprikose Die Milch ist mindestens zwei Wochen haltbar. Saison Wir verkaufen nur im Frühling frischen Spargel. Die Milch ist mindestens zwei Wochen haltbar. Die Milch ist mindestens zwei Wochen haltbar. Metzger Kannst du gucken, ob es weiße Leberwurst gibt? Wir brauchen den frischen Salat für die Burger. Wir brauchen den frischen Salat für den Burger. Wir brauchen den frischen Salat für die Burger. Wir brauchen den frischen Salat für die Burger. Ich will gucken, ob es noch Tomaten gibt. Wir verkaufen weißes Gold, das auch Salz heißt. Wir verkaufen weißes Gold, das auch Salz heißt. Von wem hast du das dunkle Brot gekauft? Von wem hast du das dunkle Brot gekauft? Wissen Sie, wo ich frischen Spargel finden kann? Sie Wissen Sie, wo ich frischen Spargel finden kann? Wir brauchen den frischen Spargel. Das ist ein sehr guter Schiff. Vielen Dank.